Ich wüsste nicht, dass ich sie kenne. Ach, Mann, schwing deinen Arsch aus der Leitung, du Vollidiot. Du kannst nix und du bist nix, so. Nee, komm. Ich hab keine Ahnung. Ach, Mann, das ist doch scheiße, echt. Diese eine Mission da, Mann. Das macht mich fertig, das verfolgt mich jetzt. Ich hasse sowas, echt. Wenn irgendwas nicht klappt, das verfolgt mich. Ich kann sowas nicht ab, echt. Mann, ist doch nicht wahr, es lief so gut. Ich hatte schon zwei Gegner weg und dann, komm. Ich hätte den dritten Mad weghauen müssen direkt. Das war mein Fehler. Ich versuch's noch mal, komm. Scheiß drauf, echt. Der Sea-Wing ist eine echte Schönheit für mich. Ja, 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 ja. Er kann schwimmen, er kann fliegen. Er kann fliegen und tötet, was er töten soll. Ja, zum Beispiel Idioten wie dich. So. Mann. Ich hab schon wieder diesen Kommentar von den Kollegen im Hinterkopf. Standstunden von CNC. Nichts Sternstunden von CNC. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Alter, das hätte er nie sagen dürfen. Dafür hasse ich ihn wirklich. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Er sieht das übrigens auch, ne? Darf wir mal ab. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wird gebaut. Ausbildung. Erfenerie Kern bereit. Unzureichende Mittel. Erfenerie Kern bereit. Brücke zu Stationierungsort vor. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Irgendwelche Erzlager. Bau abgeschlossen. Mein Bogen gehört Ihnen. Eine Mission. Unzureichende Mittel. Ruhe. Eine einzige Mission. Schrecklich. Aber ich wusste ja, dass es heute schwieriger wird. Mein Bogen gehört Ihnen. Archer Maiden. Ich konnte mir schon denken, dass es schwieriger wird. Wir werden den Weg verteidigen. Leider. Gehe jetzt rein. Mein Bogen gehört Ihnen. Die Karten selber sind nicht das Problem. Schaffbar sind sie auf jeden Fall. Nur diese Scheißzeit ist das Problem. Die hätten sie sich sparen können. Ja, einfach kann hier jeder. Hat übrigens mal der Kollege mir auch geantwortet. Einfach kann hier jeder. Wie gesagt, ich hasse ihn für manche Aussagen. Es ist wirklich so. Ich kann das auch totlich ab. Echt. Bin unterwegs. Vorsichtig. Solche Aussagen wurden nicht. Archer ist einsatzbereit. Ich eile. Vorsichtig. Unzureichende Mittel. Mensch, sieh zu. Es muss schneller gehen. Danke. Auspacken. Wir dürfen nicht zögern. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja, 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 ja. Komm. Das Problem ist ja, ich würde denen gerne einen Befehl dafür geben, was sie wie wann angreifen müssen. Was ist denn das hier? Mit Alt. Okay. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Also kann ich nicht auswählen. Nene. Ja, ist ja gut. Wir werden den Weg verteidigen. Das mit den Spionen ist auch noch so eine Sache. Vier Minuten Zeit. Wie soll ich das denn machen? Sämtliche Fahrzeuge. Du musst das mit Infanterie irgendwie lösen. Aber wie würdest du es sonst lösen? Fahrzeuge, eh, du Fahrzeuge hast. Wir gucken jetzt mal, wie viel Zeit... Guck mal, drei Minuten zehn. Eben, ein Fahrzeuge hatte, haben wir schon drei Minuten verloren. Was für ein Scheiß. Ehrlich. Ja, ich bin leicht reizbar. Ich habe euch gewarnt vor der Aufnahme. Beziehungsweise am Anfang der Aufnahme. Vor der Aufnahme vor allem. Ich habe euch vor der Aufnahme gewarnt, was ihr gar nicht mitkriegen könnt. Geil. Das ist natürlich besonders gut. So, einen noch, zack. Ja, er sammelt schon seine Seagrings. Ja, ja. Weiß ich. Soll er machen. Ist mir egal. Ja, natürlich. Natürlich verwandelt er die ganz schnell. Ist eine feige Sau, echt. Ja, wie gesagt. Feige Sau. Ich sag der Richtige, der nur Luftwaffe einsetzt. Ja, aber bei mir geht es leider... Gibt es um die Schnelligkeit. Und nicht um die Feigert an sich. Ja, verpiss dich, Mann. Feigling. Das Problem ist, ich brauche Minimum 4, 5, um einen Angriff durchzuführen. Das ist das Problem. Wenn ich die nicht habe, kann ich den Angriff knicken. Ja, fliegt mir schön in die Waffenfabrik rein. Hervorragend. Ach, du mit deinen blöden Kamikaze-Bombern. Ehrlich. Auch wenn die zu den Japanern passen, aber trotzdem. Das muss doch nicht sein. Wie viel Zeit haben wir vor... Oh Gott, scheiße. Das sind gerade mal 5. In der... In der Zeit. Soll ich das denn machen, Leute? Ihr spinnt doch! Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass wir irgendeine Waffe kriegen, die uns das ermöglicht, dass es noch schneller geht. Aber welche? Und wann kriegen wir sie vor allem? Also dem Punkt war es eigentlich schon fast zu spät, als wir den ersten ausgeschaltet haben. Ist ja toll. Super. Ist das sehr schön. Das belastet mich auch gar nicht zusätzlich oder so. Ach, Mann. Ganz ehrlich, ein bisschen bereue ich gerade, dass ich mich drauf eingelassen habe. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch. Ich bin ja nicht wie andere und unterbrechen ist einfach. Ich habe gesagt, ich mache das, also mache ich das auch. Ja, greift mein Fahrrad. Ja, ist klar. Na, wie viel Zeit ist vergangen? Oh, ich glaube, sie sind fast knicken. Viel zu viel Zeit vergangen. Ich weiß auch nicht, warum die so wenig Raketen feuern. Normalerweise müssten die die totbomben, weil wir das Update haben. Aber irgendwie, irgendwie haut das alles nicht so richtig hin. Ich weiß nicht, was er von mir erwartet. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ja, schön. Interessiert mich gerade minimal wenig. So, jetzt sind wir fast mit einem Fertigen und haben so viel Zeit verplempert. Nur für einen einzigen. Ist doch Mist. Das ist doch Mist. Wir müssen drei von denen ausschalten. Wie soll ich das machen? Ja, seine C-Wings stürzen sich wie Haie auf meine Raffinerie. Super. Nee, ist ja scheiße. Irgendwas müssen wir... Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Trick, wie man ihn kriegen kann. Rechtzeitig, wohl gemerkt. Ja, wir haben den Sammler verloren. Schön. Interessiert mich gerade herzlich wenig. Naht seit um, ja fast. Danke fürs Gespräch. Äh, es geht von dir ja viel zu langsam. Langsam. Diese scheiß Raffinerien fressen so unwahrscheinlich viel Zeit. Verdammt noch mal. Und rüber. Nächstes Ziel. Ja, schön. Zeit ist auch fast um. Super. Schaffen wir nicht. Ist zu knapp. Viel zu knapp. Wir hätten längst mit dem zweiten fertig sein müssen. Unser Problem ist, dass der Bau viel zu viel Zeit fressen. Und vor allen Dingen, dass die Gebäude viel zu viel Zeit fressen. Das ist unser Problem. Deswegen schaffen wir es auch nicht. Wird nichts, Freunde. Also siegen schon, aber das war's dann auch. Ja, klasse. Reparieren noch. Ja, die Zeit ist eh um. Es ist nicht wahr. Ich versuch's noch mal. Ich versuch's noch mal. Bis es klappt. Man kann doch nicht angehen. Ja, halt die Fresse. Ja, ja, ja. Ja, du kannst auch schwimmen. Beziehungsweise du gehst unter dabei. Ja, ja, ja. Und du fliegst gerne auf die Schnauze. Wissen wir, Shinzo. Danke. Mach den Kopf zu. Halt die Fresse. Und gut. Okay. Danke. Endlich. Schade, dass man diese Dialoge nicht wegdrücken kann. Die nerven ziemlich. Wir brauchen aber drei Raffinerien. Es geht nicht anders. Wir brauchen drei Raffinerien. Verfick noch mal. Sonst funktioniert es nicht. Und ja, ich hab's gerade gesagt. Blasst mich. Ich bin wütend. Dann muss ich das einfach sagen dürfen. Das gehört dazu. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Neuer Plan. Wir müssen unsere Abwehr anders organisieren. Müssen wir einfach. Ist einfach so. Auch wenn's blöd klingt, aber wir müssen unsere Abwehr anders organisieren. So einfach ist das. Irgendwie müssen wir die anders organisiert kriegen. Weil er kommt hauptsächlich mit Lufteinheiten. Er kommt mit nichts anderem. Nur mit Lufteinheiten. Ich weiß, das wird sich jetzt wahrscheinlich gegenseitig behindern ohne Ende. Und ich werde auch auf die Tengus verzichten müssen. Leider. Auch wenn's weh tut. Aber ich muss verzichten. Ich glaub, der Bau der Tengus frisst unwahrscheinlich viel Zeit. 1,34. Sie sehen, wie ein Strategiespieler verzweifelt versucht, irgendwie seine Taktik zu perfektionieren. Betonung liegt auf Versucht. In dem Fall. Und ich muss gleich noch einen weiteren Generatorkern holen. Also verzichten wir auf den Bau der Tengus. Und verbessern gleich direkt, damit wir gleich danach anfangen können, die Hubschrauber zu bauen. Weil die brauchen wir. Ohne die geht gar nix. Also die sind auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt. Auf jeden Fall. Also mit denen zu siegen, das ist Voraussetzung. Ja, ich weiß, es wird gleich die Energie ausgehen. Habe ich mir gedacht. Danke. Danke dafür. Jetzt vergeht die Energie wieder und gleich umstellen auf Luftabwehr. Danke. So, währenddessen organisiert der schon mal die Verbesserung. Mechplattform Verbesserung. Wie sieht's aus? 2,44. Und dann werde ich gleich direkt anfangen mit dem Bau von Striker. Und dann, sobald wir vier Fünfer haben, wie vorhin, gleich direkt rauf. Bogenschützen weg. Dann die Produktion. Also den ersten werde ich dann auch ruhen lassen erstmal. Also nur die Produktion weg. Kraftwerke und sowas lasse ich dann erstmal stehen. Erstmal weiter zum nächsten. Den dann vollständig vernichten. Und so weiter und so weiter. Und so dann langsam durcharbeiten. Und dann, wenn der eine noch übrig ist. Und wir dann auch tatsächlich noch die Zeit haben sollten. Was ich hoffe. Im Optimalfall vielleicht so zwei, drei Minuten. Also drei Minuten wahrscheinlich eher weniger. Aber ich denke mal so zwei, ein, zwei Minuten vielleicht. Das wäre schon mal schön. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Wenn wir die Zeit dann noch hätten, dann sollten wir es hinkriegen. Ich bete dafür, dass wir es hinkriegen. Echt. Oh, Mann. Am Ende werde ich noch gläubig hier. Nur damit der Scheiß hier läuft. Schrecklich. Spiel, was machst du mit mir? Ich werde doch gläubig am Ende hier. Bloß nicht. Ich will dich gläubig werden. Feindliche Einheiten entdeckt. Ein Sammler wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Normalerweise müssten die ja vom Verbesserungs-Upgrade auch betroffen sein. Ja. Du mit deinen 100.000 Explosionsdrohnen. Ich. Leider verlangsamen die Fahrzeuge. Das ist das Problem. Das blöde Bogen. Mensch, kräft doch an, Mann. Dann haut zuerst das Kraftwerk weg, wenn es euch so behindert. Meine Fresse, Leute. Dass euch so eine Kleinigkeit aufhält. Ehrlich. Echt traurig. Einfach Raketen raufballern. Das richtige Ziel wird schon getroffen. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So. Meine Güte. Leute, Leute, Leute. Kleinigkeiten, die die Welt bedeuten. Echt. Diese verdammten Raffinerien. Die halten so verdammt viel aus. Warum auch immer. Die scheinen eine echt gute Panzerung zu haben. Gebäudetechnisch. Haut erst mal das Ding da weg. Schön, dass du dich mit deinen blöden Explosionsdrohnen an meinen Chopper ist, wer gut festheft ist. So. So viel mal dazu. Und weiter. Nächstes Ziel. Rauf da. Und natürlich sind es von den anderen Spielern sehr schön. Toll. Damit ich auch ja weiter behindert werde. Vielen Dank auch. Kommt auch richtig Lebensfreude auf. Ja, natürlich. Sorry, Mädels. Aber ihr seid mir im Weg. Daher sehe ich mich gezwungen, euch zu töten. Verzeiht mir. So. Ich hoffe, die Seife reicht. Reicht sie auch. Weiter. Nächstes Ziel. Scheiß auf die Basis. Weiter. Alles auf Angriff. Und weiter. Auf das Dock rauf. Wunderbar. Weiter. Nächstes Ziel. Keine Müdigkeit vortäuschen. Oh, oh. Leute, das könnte was werden. Das könnte was werden, Leute. Ja, super. So nicht. Oh, das könnte was werden. Sorgt mal für ein Ablenkungsmanöver. Danke, Jungs. Nur die Bogenschützinnen sind wichtig. Der Rest ist egal. Nur die Bogenschützinnen sind relevant. Nächste Alarmstufe rot. Nächste Alarmstufe rot. Wunderbar. Weiter. Wo hat er sein blödes Dock versteckt? Nein, wo hat er sein Dock versteckt? Würdest du mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass er keinen Dock hat? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ja, nee, ist klar. Ging's nicht noch weiter weg? Macht nichts. Ja! 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 Ja, haben's. Kein Problem. Ja! Wir haben die T-Wing. Geil! Legt an. Mikro, bleib bitte an. Bitte bleib an. Bitte bleib an. Danke! Scheiße, was die Umstellung der Abwehr ausmachen kann, ja? 8,24 haben wir gebraucht. 9,15 hätten wir Zeit gehabt. Gott sei Dank, ey. 3.600 Zeitbonus. 3.300. Ja, das verstehe ich. Effizienz 1. Gesamtbonus 91. 91. Credits Gesamtreserven. 13.270. Oh, wir haben den C-Wing. Alter! Und nicht nur das, wir haben die Maschine. Wir haben die Challenge auf Gold. noch besser. Und neue Herausforderungen. Um Gottes Willen. Oh! Oh, oh. Der eiserne Vorhang. Ach du Scheiße. Die erste Superwaffe. Hinter dem eiserne Vorhang, ja. Wie machen wir das? Kein Entrennen. Tja. Große Gewinnfrage. All right. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020